Weihnachtsmusik ohne Ende ist das hier. Also es hört sich zumindest sehr weihnachtlich an, das Ganze. Ja, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen themenparkig. Also so halb themenparkig, halb weihnachtlich. Vielleicht ist das auch fast dieselbe Musikrichtung. Ich weiß es nicht so genau. Böse. Stirb. Und wehe, da fällt noch so ein 4 und da irgendwo. Oh nein. Diese hasse ich. Den da. Das da. Bam. Dafür habe ich dich jetzt. Ah, diese Geister. Ich will den nächsten Checkpoint bitte mal. Ich dachte, der kommt irgendwann vielleicht noch. Die waren ja sonst auch jetzt nicht so verteilt als ob. Oh, vorsichtig. Du fällst nicht auf mich. Ja, komm. Ist er weg? Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Ich traue mich nie nachzugucken. Oh, diese Geister sind doch so. Wenn man sie trifft, dann explodieren sie, wie es aussieht. Wie gemein. Aber wenigstens sind es keine Selbstmordgeister, sondern es sind sowas wie Rachegeister. Weil die rächen sich ja nur dafür, dass du sie getötet. Also, ihnen wehgetan hast. Ja, so geht dann. Hilfe. Ich werde dann mal das Ganze so machen. So. Und. Na komm. Ja, weg ist es. Weg ist es. Die Fläschchen hier. Die Wunderschlampe. Oh, fuck. Wow. Ich wollte mich ducken. Die, die geht auch nach unten. Und ich habe Glück gehabt, dass das gut gegangen ist. So. Ist hier nicht langsam mal wieder ein Checkpoint, weil ich habe Angst. Oder war da gerade schon einer irgendwo? Oh, fuck, fuck, fuck. Wow. Yeah. Was ist das, Dude? Ja, Mann. Endlich. Wow. Wow. Oh, no. Was ist denn das? Oh, es ist ein Donut. Der macht uns vollkommen stark. Also, bitte aufs echte Leben beziehen. Donuts. Sind so was von Nahhaft, dass sie einen Dass sie einem Superkräfte verleihen. Oh, fuck. Ein neues Lucky Doll. Oh, fuck. Oh, und schwupp. Oh, fuck. Wie ging denn jetzt nochmal in diese Kamikata-Attacke? Jetzt habe ich es vergessen. Ah, so. Oh, verdammt. Ich glaube, ich sollte lieber diese Brummkreisel-Attacke da machen. Das wäre besser. Now. Egal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist so eine gute Idee gewesen. Das ist so eine gute Idee. Ah, nein. Das war keine gute Idee. Das war so keine gute Idee. Das war scheiße, Mann. War das? Nie wieder. Nie wieder. Asteri. Ich kann das, Dude. Haha. So. Und jetzt vorsichtig. Lucky Doll. Töti. 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 Haben wir fein gemacht. Asteri. Schieß doch auf mich. Oh, geil. Eine Edna-Puppe. Ich frag mich natürlich, was dann da weiter hinten passiert wäre jetzt. Oder was da gewesen wäre. Gut, ich kann es mir noch angucken. Juh. Oh, Mist. Und Donut-Time. Hey, hey, Donut-Time, Donut-Time. Wir wollen nie wieder Hafer-Schleim. Was? Das Ding ist jetzt explodiert? Also, wo? Da ist so ein kleiner gewesen. Ich weiß. Aber wieso explodiert der nur, wenn ich den nicht mal richtig treffe? Da, schon wieder. Ich hab ihn doch eigentlich gar nicht getroffen. Okay, ich mach's wieder auf die alte Werte-Tour. Weil ich ja muss. Oder? Oh, fuck. Das ist geil gewesen, ey. Das war stylisch. Ich bin auf die gelandet. Und wenn ich... Und wenn ich... Da ist eigentlich nix weiter. Schön zu wissen. Oh, nein. Also, werde ich mich doch wieder einfach ganz normal runterfallen lassen. Und dann ist es gut. Nein, 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 fuck. Hä? Ein... Was für ein Lucky Doll war das? Das war ein... Glänzendes... Ein hübsches... Ein goldenes Lucky Doll. Wo kann... Was, was, was hat das zu geben gehabt, doch? Ich will so eins... Ja, ja, jetzt ist es zu spät. Scheiße. Wie gemein. Aufladen. Und... Bounce. Bounce. Äh... Was haben wir hier? Oh, fuck. Ach, deswegen bin ich gestorben. Ich bin einfach nur im falschen Moment da angekommen. Oh, nein. Was? Wie soll ich denn da durchkommen? Ach, egal. Wir schaffen das. Denn wir sind die Bauarbeiter. Wir können das schaffen. Bäm. Haha. Ja, 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 ja. So, ab nach unten. Und da ist wieder mal unsere liebe, 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 liebe Chefin. In Form einer Holzfigur. Und... Sowieso schon hässlich. Wow. Wow, das war... Nein! Wie kann das nur? Wie soll man das denn machen hier? Äh, so, ab und ab und ab und ab und ab und runter. Das wäre noch einfacher. So. Was, wenn ich jetzt so ein Vieh raushole? Ja, wieder nix da. Schade. Das Goldene hat mir echt gefallen, das Goldene Lucky Golder. Aber nö, gibt's ja nicht immer. Die schönen Sachen, die gibt's halt immer nur dann, wenn man sie eh nicht kriegen kann. Das ist mir wieder klar. Das ist immer wieder typisch. Ich gucke mal davon aus, dass das gepasst hat. Äh, was? Ach so, da war ja noch ne Bombe. Ich hab ne Idee, wie ich das mache. Ist auch gar nicht so schwer. Ich spring einfach. Also, ich benutze dann einfach ein Doppelstrung-Dingens. Das werdet ihr einfach sehen, wie ich das mache. Ganz locker, ganz gemütlich. Mit ganz viel Liebe und mit Zuckerbestreuung. Bam. Wobei Zucker, ich glaube, daran fehlst du in dem Spiel sowieso nicht. Ey, das ist das süßeste Spiel, was es gibt. Und das nicht nur wegen der Hauptfiguren hier. Das ist wirklich... Die bestehen schon fast aus Zucker, bei dem, was die alles fressen. Die sollten mal einen Diabetes-Check machen. Ah, nein. Wie mach ich das? Wie mach ich das? Es geht. Es muss gehen. Alles muss irgendwie machbar sein. Ah, aber das ist nicht mal machbar für mich. Mann, oh. Ja, okay. Ich bin selber schuld. Ich hab diesen Modus ausgewählt. Ich wollte ihn unbedingt haben. Und ich werde ihn auch schaffen. Ich hab das im anderen Modus geschafft. Wenn auch mit einer, sagen wir mal, verkackten Aufnahme. Aber ich hab's. Das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, da passiert jetzt nichts Schlimmes im Nachhinein. Dass ich zum Beispiel sterbe oder so. Was ja eigentlich das einzig Schlimme ist, was mir passieren kann. Was kann denn mir sonst passieren? Dass die PSP ausgeht, weil der Akku alles... Okay, das nehmen wir auch noch so hin. Also, das nehmen wir als Grund für schlechte Sachen hin. Au! Man kann die gut zielen. Gotta be stronger, Dude. Yeah. Wir müssen stärker sein, Dude. Da hast du recht. Weil so, wie wir jetzt sind, da wird das nichts. So wie ich jetzt bin. Haha. Bam. Also, wer jetzt hier sich aufregen könnte, dass ich hier so lange dran sitze, der sollte das Spiel mal bitte selber auspacken. Denn die Steuerung ist einfach nur, sagen wir mal, ein bisschen für den Arsch. Das ist für den Jump'n'Run sehr unhandlich teilweise. Oh, ich hätte da bleiben können. Das weiß man alles nicht. Und runter. Und zack. Hoppa. Ah, nee, 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 du kommst hier mir nicht zu nahe mit deinem blöden Bogen. 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 Bogen smashing. Nein, nein, nein. Haa. Hätte auch viel immer sein können. Was da passiert so? Alles. Oh, shit. Ich sehe es schon kommen. Das ist nicht gesund, was ich hier mache. Oh, es geht. Es geht wirklich, tatsächlich. Jetzt muss ich nur nach dem richtigen Zeitpunkt auswählen. Dafür, dass ich mal weiterkomme. Oh, wow. Aber ich habe es geschafft, man. Scheiß drauf, ob die Viecher nun sterben oder nicht. Ich bin fröhlich. Und ich habe wieder ein Schlauchboot. Oder ein Wildwasserboot. Oh, 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 oh. Nein. Was habe ich getan? Egal, ich habe eine Kugel bekommen. Sehr schön. Ich habe schon die Befürchtung, dass sonst, äh, dass in der Tutorial Stage 2 so weit gar nicht drin ist. Oh, fuck. Ja, das ist es. Das ist so weit von horrible. Horrible ist das. Das ist so horrible. Mensch. Oh, nein. Bam. Zum Glück ist die Bombe ja doch noch da gelandet, wo sie sollte. Und. Ein Pflanzenboot. Äh, Ding. Aha, nächstes Pflanzending. Oh, da gibt es sogar was Leckeres. Oh, da gibt es sogar was Leckeres. Direkt in den Abgrund. Das ist doch... Das ist typisch für dieses Spiel. Es ist saumäßig gemein. Es ist böse. Es ist verarscht ein. Aber dafür kann man es ja auch mögen. Dafür, dass man davon eigentlich sehr verarscht wird. Au. Au. Untertitelung des ZDF für funk, 2017